Leute ihr wisst ja dass dieser Riss vorhin noch hier war und jetzt in dieser kurzen Zeit ist er jetzt irgendwie gewandert und jetzt ist er größer und hier vorm Haus. Leute, hört sich auch an wie so ein Puls. Ich geh da mal rein. Dann passiert nicht so viel. Na ja. Ciao. Lasst ihn Leute da.